Wir machen heute ein Video! Hallo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Besuch von Paulina. Meine kleine Schwester ist da. Und sie hat sich gewünscht, dass wir heute ein Video drehen. Und deshalb machen wir das jetzt auch. Die Kleine und ich werden jetzt ein bisschen spielen mit unserem Ballon von unserer Hochzeit. Der lebt immer noch, naja, so halb. Und Mandy wird in der Zeit was leckeres kochen für uns, oder? Und zwar fehlen jetzt noch drei Rezepte und heute werden wir zwei davon machen. Hallo, wie geht's euch? Uns geht's gut. Hast du gepopelt und den weggeschmissen? Wir haben jetzt 78 Kilo gewonnen. Wie? Meine Mom und Mandy sind jetzt in der Küche. Die machen irgendwie Hummus und Pommes und so. Ich bin gespannt, was daraus wird. Die Kleine ist am spielen, aber ich muss heute noch einen TikTok posten. Das Problem ist, ich habe noch keins. Deswegen werde ich mir mal eins überlegen und vielleicht versuchen mit Paulina eins zu drehen. Mal gucken, ob es was wird. So Freunde, kleine Challenge zur Erinnerung. Meine Schwester ist drei. Das heißt, es wird nicht so einfach. Wollen wir einen TikTok drehen? Wer bin ich und wer bist du? Eine Prinzessin. Du bist eine Prinzessin und ich? Ein Prinz. Und ich bin ein Prinz. Hallo Prinzessin. Hallo Prinz. Was wollen wir heute machen? Das hier. Damit spielen? Mhm. Und wie spielt man denn damit? So. So auf und zu machen. Ich kann mich nicht konstruieren. Wie alt ist denn die Prinzessin? Und der Prinz, weißt du wie alt der ist? Ja. 3 und 0. Guck mal Prinz. Das geht auf und zu. Oh cool. Und was hast du da zu trinken? Capri Sonne. Magst du Capri Sonne? Mhm. Ich auch. Oh, die ist ja wirklich sehr lecker. Mhm. Können wir das mal in deine Haare machen? Mhm. Oh, schön. Ja, doch nicht? Kann ich spielen was anderes? Wie sieht's hier aus? Alter. Sieht super aus. Nur noch die Pommes müssen fertig werden. Was für ein Pommes? Pommes sind da drin, Mäuschen. Magst du Pommes? Ja. Jetzt wird hier schon mal das Setup angerichtet. Denn gleich kommen die Bilder fürs Kochbuch. Jetzt gibt's Action hier. Ja, stark. Oh. Der arme Boxsack. Gleich platzt der, glaube ich. Mandy hat schon mal hier ein paar Pommes für die Kleine. Die immer noch Box. Hingepackt. Wow. Und in der Zeit machen wir jetzt hier gleich ein Produktbild. Da ist das Licht natürlich das A und O. Sehr, sehr stark. Oh no. Ich hab ein bisschen... Boah, ich finde das sieht müß aus. Danke. Wow. Auf ihre Pommes. Toll. Ja. Schauen wir mal was Mandy macht. Ich bin wieder am Kochen. Schon wieder? Mache ich gerade überbackene Wraps. Alter, wie machst du das immer so schnell? Man geht kurz raus und dann geht's wieder rein wegen das neues Essen. Ja, das Kochbuch muss doch fertig werden. Ab dem 30.05. ist es endlich für euch erhältlich. Und ja, bis dahin muss ich noch ein bisschen arbeiten. Was schaffst du? Nur noch drei Rezepte fehlen. Nur noch drei Rezepte? Aber wir müssen das ja noch erstellen, das ganze Kochbuch. Ja. Und zwar habe ich hier Vollkornwraps genommen. Das hier ist hier einmal drin. Also Rinder, Tartare, Gemüse, tomaten, kräft fein. Dann habe ich hier rein so Leitkäse gemacht. Hier oben drauf nochmal Leitkäse und das da drauf. Und hier oben drauf und hab die überbacken. Und das da drauf und das da drauf und das da drauf. Oh ja, ich hoffe es war verständlich. Ja, du kannst es super erklären. Lass mir mal lieber Paulina erklären, die kann es besser. Okay, Paulina, was habe ich hier gemacht? Was leckeres. Oh, was leckeres. Die gehen nicht auf. Die sind zugeklebt mit Käse. Die gehen nicht auf, aber vielleicht können wir ein bisschen rein liegen. So sehen die aus. Oh, geil. Und was hast du? Nur ohne das. Ohne alles. So wie immer. Hallo Leute. Wie geht's euch gut? Und hier müssen wir schlagen. Mit das hier. So Paulinas Vlog. Mal ausgaben mit deinem Hut. Hoppe. Bitte schön. Ich will dir was zeigen in deinem Hut. Dann. Hey, da war ja so ein Vogel drin. Ich hab's gar nicht gemerkt. Wie kam der denn da rein? So. Jetzt muss ich hier kurz was erledigen. Bitte schön. Oh mein Hut. Dankeschön, dass du mir mein Hut gebracht hast. Oh. Irgendwie saß der schon mal besser. Aber ich will dir was zeigen. Hier ist ein Vogel drin. Wo? Hier. In deinem Hut. Ich hab doch kein Vogel im Kopf. Du hast einen Vogel. Nein. Da fang ich doch runter. Kannst du mir helfen, die Mütze ordentlich aufzusetzen? Weil irgendwie ist die unbequem geworden. Nein. Fänger! Ah! Was war da denn drin? Was ist denn das denn? So Freunde, ich bin hier zu Kevin gegangen. In sein Homegym. Und wir werden heute ein bisschen trainieren hier. Oberkörper ist angesagt. Los geht's. Sehr kalt hier drin. Oh ja. Erstmal aufwärmen und dann geht's los. revealed alles ist erste mal. Das heißt K coffer an 82, 30 j Wiki. Oh ja. Wie? Phase 1. Ferrer von Max Walken. Bröken. Für die Bombe, oder? Was nach ult avoir entreprises? Paulina hilft mir gerade dabei, mein Video zu schneiden. So, zeig mal deine Hausschuhe, Paulina. Guck mal, was machen wir hier gerade zusammen? Spaghetti. Wir machen jetzt Spaghetti, Eier. Einfach ein schneller Gäste, Paulina. Was ist das denn? Alter! So, jetzt darfst du umrühren. Paulina hilft mir beim Kochen. Super! So, Paulina testet jetzt die Spaghetti, ob die gut sind. Ja, die hat geklebt! Guck, die geklebt! Super, jetzt können wir die essen. Jetzt gibt's Essen. Paulina wollte einen pinken Teller. Zum Glück habe ich immer so viel Auswahl. Guten Appetit, Maus. So, Paulina muss jetzt aber ins Bett gehen. Wir haben es jetzt halb neun und sie wünschen euch jetzt noch eine gute Nacht. Tschüss! Tschüss! Ich bin wieder da von Kevin. Wir haben noch einen Shake getrunken. Ich mache mir jetzt die Reste. Ich habe gesehen, die haben vorhin Nudeln gegessen. Und hier ist noch das Hackfleisch von den Wraps. Toll! Ich habe mir jetzt sowas gemacht. Ich weiß, es sieht nicht so schön aus, wie wenn Mandy kocht. Aber es schmeckt richtig lecker. Und ich liebe es einfach so, wenn alles leer wird. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich im Namen von uns allen, die hier in diesem Video waren, weil die anderen schlafen schon. Haut rein! Bis zum nächsten Video!